Viel erreicht, viel zu tun. Der aktuelle Integrationsbericht wurde heute präsentiert, inklusive umstrittener Saga. Zu Gast ist die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger. Immer noch spurlos verschwunden ist die weißrussische Oppositionelle Maria Kolesnikova. Wir schalten nach Moskau zu Paul Krisey. Und Erstlingswerk. Der österreichische Kabarettist Paul Pizzerra hat ein Buch veröffentlicht und widmet sich dem Verhältnis zwischen Therapeut und Klient. Sie will kein Chinatown oder Little Italy in Wien, sagt heute die Integrationsministerin. Guten Abend, willkommen zur ZIPN8. Der aktuelle Integrationsbericht liegt vor. Susanne Raab hat da einen Fünf-Punkte-Plan präsentiert mit allerhand Maßnahmen, etwa bei der Bildung oder am Arbeitsmarkt. Aber für Aufsehen, Spott und teils auch heftige Kritik aus den Reihen der Opposition und in sozialen Medien sorgte dann ein Saga über Parallelgesellschaften. 2,1 Millionen Ausländer leben derzeit in Österreich, so die Statistik. In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Anteil der Migranten deutlich erhöht. Mittlerweile ist ein Viertel der österreichischen Bevölkerung entweder selbst zugewandert oder hat Eltern, die zugewandert sind. Vor allem der Bildungsbereich ist eine der wichtigsten Baustellen in der Integration, so Experten, weil ein Viertel aller Schüler nicht Deutsch als Umgangssprache haben. Integrationsministerin Raab warnt heute neuerlich vor angeblichen Parallelgesellschaften, vor allem im Brennpunkt Wien. Wir wollen nicht Chinatown, Little Italy, sondern wir wollen eine gesamtgesellschaftliche Integration, wo Menschen mit und ohne Migrationshintergrund zusammenkommen. Vor allem auf Social Media sorgt dieser Satz für Aufregung und Empörung. Kritik kommt auch von der SPÖ und FPÖ. Es reiche nicht nur aus, dass die Probleme aufgezählt werden, es müsse gehandelt werden, so die Oppositionsparteien. Judith Kohlenberger ist Migrationsforscherin an der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit ihr wollen wir jetzt über die Entwicklung bei der Integrationspolitik in Österreich und auch über jene Schwerpunkte, die das Ministerium da setzt, sprechen. Einen schönen guten Abend. Danke fürs Kommen. Schönen guten Abend. Beginnen wir bei der Schule. Da hört man ja immer wieder, dass Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder aus Zuwandererfamilien, jetzt während der Corona-Krise stark zurückgefallen sind, insbesondere wenn sie einen sogenannten Deutschförderbedarf haben. Wie dramatisch ist da die Situation? In der Bildung geht die Schere zwischen Kindern mit und Kindern ohne Migrationshintergrund tatsächlich immer weiter auf, nicht erst seit Corona. Da ist ein Punkt natürlich die deutsche Sprache, wobei ich aber schon betonen möchte, dass Mehrsprachigkeit in einer globalisierten Welt wie heute an sich immer eine Chance und eine Ressource ist. Was wir aber schon sehen, ist, dass wir strukturell in Österreich mit dem Problem der Bildungsvererbung ganz stark konfrontiert sind. Das heißt, Menschen, die aus einer Familie kommen, die einen geringeren Bildungsabschluss vorweisen, tun sich tendenziell schwieriger, einen höheren Abschluss zu schaffen. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, aber es zeigt sich ganz besonders bei Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund. Und wie kann man das lösen Ihrer Ansicht nach? Was sagt da die Forschung? Welche Ansätze gibt es? Ganz wichtig wäre es, dass wir ein bisschen abkommen von diesem sehr frühsegregierenden Schulsystem, das wir in Österreich haben, wo Kinder im Grunde mit zehn Jahren ihre spätere Laufbahn entscheiden müssen, Mittelschule oder AHS. Wir brauchen eine längere Gesamtschule. Wir brauchen auch mehr frühkindliche Förderung, sprich ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr, halte ich für sehr sinnvoll. Und was Studien auch immer wieder zeigen, mehr Lehrpersonal mit Migrationshintergrund, die auch die Sprachkompetenz in den Erstsprachen der Kinder mitbringen, weil die auch die deutsche Sprache dann anders vermitteln können. Aber sie sind auch ganz wichtige Vorbilder und Role Models. Susanne Raab, die ja auch Frauenministerin ist, hat heute als ersten Punkt bei der Integration von Frauen das Problem von patriarchalen Strukturen genannt. Und sie sagt, Zitat, Ehrkulturen, die aufgrund von Migration zu uns kommen, seien da das Problem. Also sprich die Unterdrückung von zugewanderten Frauen durch Männer in ihrem Umfeld. Wie groß ist dieses Problem? Wir beobachten schon, dass Frauen zum Beispiel aus Syrien, Afghanistan, Irak in stärker patriarchal geprägten Beziehungen leben, deshalb auch mehr von der Sorge und Familienarbeit stemmen. Hier gilt es auch, etwas von dieser Mehrfachbelastung von den Frauen wegzunehmen, damit sie Ressourcen finden, zeitliche wie finanzielle, um sich um die eigene Integration überhaupt kümmern zu können. Ich glaube, es wäre aber etwas falsch, Problemlagen, die sich mit Migration ergeben, wie zum Beispiel Fragen der Geschlechtergleichstellung, konstant nur zu ethnisieren und religionisieren, also einer bestimmten Herkunft oder einer bestimmten Religion zuzuschreiben. Das ist weiterhin auch ein Thema in Österreich natürlich. Diese Thematik geht jedenfalls einher mit einer anderen Sorge, die die Ministerin heute genannt hat, nämlich die Entwicklung von parallelgesellschaftlichen Strukturen. Und Susanne Raab zitiert da eine Studie, wonach es solche Strukturen in Wien tatsächlich schon gibt. Jetzt soll es ein Parallelgesellschaften-Frühwarnsystem geben. Wie sinnvoll finden Sie das? Ich glaube, es ist immer wichtig, segregierende Tendenzen in der Gesellschaft anzusprechen, zu beobachten und vor allem auch zu bekämpfen. Und das zeigt sehr deutlich, dass Integration im Grunde keine Einbahnstraße ist. Es ist auch kein zweiseitiger Prozess, es ist ein kontinuierlicher Prozess für die gesamte Gesellschaft. Wir müssen im Grunde sämtliche Elemente und Segmente der Bevölkerung immer wieder zurückholen in die Vorstellung einer gemeinsamen Gesellschaft, in ein gemeinsames Grund- und Wertesystem. Und ich denke da auch an andere Gruppen, die vielleicht gar keine Migranten sind, zum Beispiel Corona-Verschwörungstheoretiker, die erst vor kurzem die Regenbogenfahne in Wien zerrissen haben. Auch diese Menschen teilen unser Wertefundament nicht mehr. Und ich glaube, Integration gehört wirklich ganzheitlich groß gedacht. Wir müssen immer alle an einem gemeinsamen Wir arbeiten. Die Integration ist auch Thema im Wien-Wahlkampf. Da hat die ÖVP eine alte FPÖ-Förderung übernommen, nämlich dass es Gemeindebauwohnungen künftig nur mehr für Menschen mit entsprechenden Deutschkenntnissen geben soll. Und ÖVP-Spitzenkandidat Blümel sagt dazu, das fördert das Zusammenleben und die Integration. Wie sehen Sie das? Naja, ich denke also, die Gemeindebauten sollten auch jenen zur Verfügung stehen, die sie errichtet haben. Das ist ganz, ganz wesentlich zu betonen, dass Migrantinnen und Migranten in unserer Gesellschaft auch Leistungsträger sind, Systemerhalter während der Krise. Aber sie sollten nicht nur Pflichten haben, wie zum Beispiel regelmäßig auch während eines Lockdowns zur Arbeit zu erscheinen, sondern sie brauchen auch Rechte. Und dazu zählt unter anderem gleiche Rechte wie andere Bewohner und Bewohnerinnen der Stadt auch. Das heißt, Sie können dieser Idee nichts abgewinnen, Gemeindebau nur für Menschen mit entsprechenden Deutschkenntnissen. Ich denke, das stärkt die Segregation. Wichtig wäre die soziale Durchmischung. Und genau das war der Grundgedanke des sozialen Wohnbaus. Den sollten wir beibehalten. Frau Kohlenberger, ich sage vielen Dank für den Besuch im Studio. Wir kommen damit ins Ausland. In Weißrussland verdichten sich die Hinweise auf eine zwangsweise Abschiebung der vermissten Oppositionsführerin Maria Kolesnikova. Viele Details und die Hintergründe sind aber noch völlig unklar. In diesem Auto jedenfalls soll sie an die ukrainische Grenze gelangt sein. Was dort genau passiert ist, zeigen die Aufnahmen des weißrussischen Grenzschutzes nicht. Für die ukrainische Regierung aber ist es klar. Man wollte Kolesnikova zum Grenzübertritt zwingen, um ihre Anhänger Glauben zu machen. Sie habe sie im Kampf gegen Machthaber Lukaschenko im Stich gelassen. Augenzeugen zufolge soll sie sich gegen die Ausweisung gewehrt haben. Und wir wollen das jetzt vertiefen mit Paul Krisey, unserem Korrespondenten für Weißrussland. Er ist jetzt in Moskau. Aber die große Frage ist, wo ist Maria Kolesnikova? Gibt es da schon ein Lebenszeichen? Immer noch nicht. Was es gibt, ist ein Lebenszeichen von den zwei Mitarbeitern, die gemeinsam mit ihr verschwunden sind. Die sind inzwischen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew angekommen und haben dort Journalisten erzählt, dass der Geheimdienst Maria Kolesnikova zu einer zwangsweisen Ausreise verpflichten wollte, um die Lage im Land zu beruhigen. Was den Aufenthaltsort von Maria Kolesnikova betrifft, so sagt ihr Team, dass sie sich in einer Kaserne im Süden des Landes befinden könnte, wo sie festgehalten wird. Diese Information ist aber nicht bestätigt. Was wir offiziell nur wissen ist, Maria Kolesnikova ist als vermisst gemeldet und das schon seit zwei Tagen. Und was bedeutet dieses Vorgehen gegen Kolesnikova für die Opposition, wenn da jetzt die sichtbarste Oppositionspolitikerin einfach verschwindet? Die Opposition ist damit natürlich weiter geschwächt, aber es war auch erwartbar. Seit der Präsidentenwahl vor vier Wochen hat Präsident Alexander Lukaschenko alle führenden Oppositionsfiguren aus dem Weg räumen lassen. Was wir jetzt aber sehen, ist, dass dieses brutale Vorgehen gegen politisch Andersdenkende die Proteste wieder neu anfacht. Auch heute waren wieder hunderte Unterstützer der Opposition im Zentrum der Hauptstadt Minsk unterwegs. Die Polizei hat mit aller Gewalt reagiert. Wenn also die Festnahme von Maria Kolesnikova eines nicht gebracht hat, dann ist es eine Beruhigung der Lage in Weißrussland. Paul Krise, vielen Dank für diese Live-Analyse. Der Kabarettist und Musiker Paul Pizzerra ist unter die Autoren gegangen. In seinem Erstlingswerk mit dem Titel Der Hippokratische Neid legt er seinen Protagonisten zu einem Psychotherapeuten auf die Couch. Das ist ein Setting, das autobiografische Züge hat, wie Pizzerra erklärt. Stefan Schlager war bei der Präsentation heute dabei. Großer Andrang bei der Präsentation von Paul Pizzerras erst im Buch Der Hippokratische Neid. Die Inspiration für das Buch, das aus einem Dialog zwischen Therapeut und Patient besteht, hat sich Pizzerra aus seinem eigenen Leben geholt. Ich habe vor fünf Jahren, als ich noch allein auf der Bühne war und so die 15.000er Hallen schon gespielt habe, von außen betrachtet alles gehabt, was man braucht, um glücklich zu sein. Ich war es aber nicht. Und habe dann natürlich mit Verwandten und Freunden gesprochen drüber und habe mich dann aber irgendwann durchgerungen, weil es nicht besser geworden ist, dass ich zu einem Profi gehe. Paul Pizzerra! Um die Geschichte humoristisch zuzuspitzen, setze dem zynischen Psychotherapeuten einen, wie Pizzerra sagt, reaktionären Prolo als Patienten gegenüber. Wenn ich fliegen, dann habe ich halt eine Muschi, bin ich halt eine Muschie-Fehren. Ja, das ist dann völlig gut. Es ist noch immer, glaube ich, sehr tabuisiert in unserer Gesellschaft und es ist sehr schade, weil wenn du Schmerzen im Knie hast, gehst du zum Arzt, warum gehst du nicht zum Arzt, wenn du Schmerzen in der Seele oder im Herzen hast. Und das hoffe ich, dass das zumindest den einen oder die andere da zum Umdenken bewegen kann. Das Buch ist man schnell durch. Rund eine Stunde dauert der komödiantische Lesespaß. Also ungefähr so lange wie eine Therapiesitzung. Letzter Programmpunkt bei uns, der Blick aufs Wetter. Im ganzen Land scheint morgen die Sonne. Am Nachmittag wird es im Bergland wolkig. Die Tageshöchstwerte liegen bei 24 bis 28 Grad. Und dann geht es bis Sonntag größtenteils recht sonnig weiter. Die Nachmittage bleiben warm. Nur im Bergland sind gewidrige Schauer möglich. Das war die letzte Zeit im Bild des Tages von uns allen hier. Noch eine gute Nacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017